Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir müssen nochmal dieses Kapitel von vorne starten, da es uns ja letztes Mal quasi nicht gelungen ist, die Brücke hier zu verteidigen. Einen Moment. Da musste ich mal kurz niesen. So, ähm, ja. Ja, das ist natürlich nicht gut, ne, dass wir das jetzt nicht hinbekommen haben. Aber es ist ja noch nicht alle Tage Abend, also von dem her werden wir es schon irgendwie zusammenbringen. So, ja. Das heißt, wir werden einmal einen Haufen Ressourcen sammeln müssen, darum werden wir nicht herumkommen. Dann werden wir natürlich die Armee aufbauen, die wir brauchen und hier wieder ein bisschen schützen vor den Feinden. Äh, was macht ihr denn da? Zurück mit euch auf eurem Posten. Und, ja, dann werden wir auch schon langsam, glaube ich, versuchen, da um die, äh, na, die Brücke hier einzunehmen. Schauen wir mal. Es sind halt ein Haufen Chevaliers. Wir brauchen sehr viele Kamelreiter, damit wir das schaffen. Aber ich bin guter Dinge, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, gnädigste, du hilfst auch hier mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und fünfzehn. Perfekt. Ähm, du fängst inzwischen schon mal an hier, ähm, ja, ich würde sagen, wir bauen hier gleich mal unsere Armee auf. Zwölf, dreizehn, vierzehn und fünfzehn. So. Schießanlage haben wir, glaube ich, ja. Passt. Ist gut. Sehr gut. So, ja. Hier wird fleißig gearbeitet, so sehen wir das gerne. Hier wird dann auch wieder die Mühle hinkommen, damit man, ähm, die Rehleins, die hier sind, besser verarbeiten kann. So. Angriff! Angriff! Ja. Wie sieht's jetzt mit dem Kloster aus? Und einer Universität. Aha, da fehlt Holz. Ja, da sind schon, das sind schon die Chevaliers, ne? Die sich da unten gerade amüsieren. Ja, der eine hat schon mal die Zeit hier gesehen, hat. Das passt schon, das läuft. Da, 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 da. Perfekt, gnädigste. Du magst hier jetzt mal die Schotten dicht, sag ich mal. Perfekt. Perfekt. Das selbe in grün auch hier. Perfekt. Perfekt. Mit einem Tor. Ja. Ja, ich glaube, so wird mir das Tor besser gefallen. Ich meine, ich sehe, wo ist Bill Winschiff gebaut. So. Das passt schon ungefähr. Passt, ihr seid fertig. Ihr bekommt jetzt eure Mühle. Ich würde sagen, ungefähr so vielleicht. Und dann bauen wir auch schon weiter. Ja, zum einen werden wir den Schmelzofen hier mal machen. Dann vielleicht zwei Mönche. Dann sind wir auch schon wieder fertig, weil wir keine Nahrung haben. Die kommt aber gleich. Sehr gut, unser Frauchen hier baut schon fleißig vor sich hin. Sehr schön, die Mühle steht. Bitteschön. So. Sibbegedei, sollte in 30 Minuten hier sein. Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ding Dong. Wer oder wo? Keine Ahnung, wo die angreifen wollen. Scheint der Wein nicht so schlimm zu sein. Okay. Ähm, gut, ja. Wie gesagt, hier wird schön brav gebaut. Wir besitzen, glaube ich, auch schon einen befestigten Wall. Es ist schon alles soweit fertig entwickelt, was uns sehr freut. 325 Nahrung müssen wir jetzt zusammensparen, dass wir mal unsere Kamelreiter hier ein bisschen aufwerten können. Aber wie gesagt, wir geben hier eh sich sehr Mühe. Es passt schon. Ich hoffe halt, dass es passt. Gut. Okay. Ist wieder der Billerwarterei. Was wir machen, gehört halt dazu. Wobei, warte, dich könnte ich mal kurz zwecks entfremden. Du könntest ja eigentlich ein paar Häuschen bauen. Ich würde sagen, hier so. So vielleicht. Schön in Reihe und Glied, meine Herren, bitte. Die Gnädigste ist, glaube ich, fertig. Perfekt. Dann machst du bitte hier drüben noch zu. Ja. Das erste Häuschen steht auch schon. Das ist sehr gut. Aha, ihr, was macht ihr? Da. Helfen, bitte. Bitte. Anche. Ich würde sogar noch vorschlagen, dass der eine Kerl da beim Essen hilft. Weil Gold abbauen reichen die vier normal. Na komm, perfekt. Nimmst du das Schafreich mit. Und gehst hierher. Perfekto. Wir haben genug, um uns die starken Kamelreiter da zu bauen. Ding Dong. Bogenschützen, Galeren, Wikinger, Dürme. Wir bekommen Angriff dazu. Ja, ja. 300 Nahrung kostet's. Und was noch? 200 Gold. Hammer da. Nein, nein. Ihr bleibt schön hier. Schön da bleibt. Ihr erledigt das schon. So, die Gnädigste ist wieder fertig. Sehr schön. Dann werden wir hier zumachen. So. Genauso wie ich dann hier um zumachen werde. Und da unten. Da passt das schon. Das Schäfchen kommt auch mit hierher. Du kannst da eigentlich mithelfen. Du auch. Nicht blöd in der Gegend rumstehen. Aha, sind schon fertig. Passt. Dann macht's hier das Schaf. Bam, bam. Bam, 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 bam. Wie schaut's hier bei euch aus? Belagungswaffen gehen schneller. 33% schnell entwickelt. Das will ich haben. Jaja, Nahrung. Es fehlt schon wieder an Nahrung. Die Gnädigste ist fertig. Passt. Machst gleich mal drüben da weiter. Kommst du rum drum? Ich hoffe schon. Schwere Kamelreiter sind hergestellt. Sehr schön. Also entwickelt halt, ne? Dann machen wir noch schnell ein paar Kamelreiter. Für die Chevaliers, falls sie gleich wieder kommen sollten. Was? Das Schäfchen hat's auch bald überstanden. Und dann bekommt sie alle Felder. Auch wahrscheinlich hierherum. Und dann passt das schon. Na los. Schön bauen. Dann werden wir hier noch schräg ein Wall setzen. Und dann passt das schon. Sehr gut. Nein, wenn's geht, schön schräg. Ja, so. Perfekt. Wo kommst du denn her, du Zipfelklatscher? Häuschenbauer, bist du fertig? Amrmendu. Ah. Da, bitte. Ja, mir scheint Häuschenbauer ist fertig. Aber trotzdem werde ich hier noch schnell... Ähm... ...der Arm muss schleppen. Werde ich hier noch ganz schnell eine Wand aufziehen. So. Komm. So ist gut. Okay, die Gnädige kommt da nicht mehr ran. Die bekommt schon ihr erstes Feld. So. Die Nächste kriegt auch schon eins. Du kriegst auch eins. Du kriegst natürlich auch eins. Du selbstverständlich auch. Und du auch. Wo hat das noch Platz? Da hat noch was Platz. Ich glaube, jetzt hat jeder ein Feld. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt. Sehr gut. Alles schön in der Nähe der Mühle. Das passt. Ram, bam, bam. Gut. Dann müssen wir noch ein paar Einheiten erstellen. Silbe Gedeih sollte in 20 Minuten hier sein. Ja, hör auf. Ich krieg schon Zustände gleich. Ich würde auch sagen, ich würde auch sagen, ich werde ein paar Mange bauen. Manche, so wahrscheinlich wird das wie heißen. Also Katapulte, ne? Wenn es sich ausgeht. Zwei. Weil die können ordentlich Schaden machen. Das wäre mir auch sehr lieb. Und ich brauche... Oh. Ähm, du müsstest da ein paar Türmchen noch bauen, mein Bester. So, zwei. Ja, schön. Dann musst du das machen. Oder ihr drei. Ah, die Steine fehlen. Okay. Dann werden wir hier mal gleich einen nachbauen. So, schön bauen. Eine Universität brauchen wir nämlich auch noch. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ähm, Universität bauen, bitte. Das geht sich hier noch aus. Und ihr werdet da gleich mal ein bisschen wertschlagen. So, ist fein. Der Turm macht schon seine Arbeit. Vielleicht können die da was ausrichten. Ich freue mich schon auf die Chemie. Dann können die nämlich Feuergeschosse abfeuern. Ich glaube, es geht sich gerade nicht aus. Jawohl, doch. Jawohl. Aha, Schiefel versenkt. Sehr gut. Perfekt. Na, kommt. Geht's rauf. Gold machen. So, jetzt ist weg. Ihr fährt's mal auf die Seite. Und was macht ihr da, bitteschön? Hey, es ist unglaublich sowas. Rein da mit euch. Was, du bist auch fertig. Du kannst hier weiter beim Gold arbeiten. Und Chemie. So, aufpassen. Platz besser hier. Hey, du. Drottel, weg mit dir. Zurück halt, ne? Na, den müsst ihr splätten. So. Was? Das müsste reichen, so. Dann würde ich vorschlagen. Wir machen uns gleich mal auf den Weg. Also runter hier, hier zur Brücke. Ja, freilich. Freilich. Ganz bestimmt. Hier, bitte. Macht mal hier welche Platz. So, ja. Passt. Großartig. Du musst bitte reparieren gehen. Äh, ihr dürft's auch mit. So. Runde zur Brücke. Die müssen wir jetzt ja verteidigen. Wie auch immer. Ähm. Keine leichte Aufgabe. Wir haben aber schon hinkriegen irgendwie. Sorry. Hoffe ich sehr. Jetzt geht's dann halt so. Nein, geht alles nicht. Okay. Sarazuge. Sarazuge. Perfekt. Aber ich muss noch das hier einstellen. In der Hoffnung, dass unsere Landsmänner dadurch nicht verletzt werden. So, der E-Wax-Ramp-Ox-Platz. So, bitte schön startmachen. So, ist fein. Schön jeder mit den Leuten. So, ist gut. So, ist sehr gut. Das könnte glatt was werden. Dann werden wir da noch schnell ins G2-Fontänen noch schnell basteln. Immer feste drauf. Vielleicht auch Trieböcke 2. Ah, ich geh nur in Gold. Ja, ja. Wie immer, ne? So, ja. Was macht ihr da bitte? Ziesel Gedeih sollte in 10 Minuten hier sein. Er sollte sich besser nicht verspäten. So, schön töten den Trottel. So. Wieder zurück. Und feste drauf. So. Schön feste drauf. Schön den Fahrer weg. Der braucht kein Mensch. Fast. Sehr gut. Schön hierher zurück. Trieböcke. Sehr fein. Sehr fein. Trieböcke jedenfalls. Trieböcke brauchen wir auf jeden Fall. Schön wie der Kehrt Marsch. Trieböcke ist ganz fein, weil die können uns die Dürmchen da drüben kaputt hauen, was wir dann eh brauchen tun. Und ich merke gerade, ich Trottel habe vergessen, aufzuschreiben, wann der Part jetzt begonnen hat. Nein, passt schon. Habe alles gemacht. Alles richtig. Alles gut. Passt schon. Leichte Verwirrtheit. Hey, ich bin schon eine alte Frau. Von dem her passt das auch. Darf ich schon mal verwirrt sein? So. Schön hierherstellen. Und geht's ab. So ist das schön. Immer schön fest. Wie schaut es mit dem Trieböcke aus? Ich hoffe, der kommt jetzt gleich mal angerollt. Ja, ja. Dann kommt er schon. Sehr brav. Sehr brav. Dann stellen wir auch gleich mal hier hin, damit er sich gleich das Dürmchen hier vornehmen kann. Nein, nein, schön pläten. Perfekt. Umkehrt Marsch. Gleich mal zerstören. So. Bitte schön pläten. Okay. Wegfahren. So, ja. Das passt schon. Das haut ja gut hin. Ding Dong. Oh, wo kommt ihr denn her? Wir brauchen ein paar Einheiten. Das ist aber nicht super. So, ja. Ich geh jetzt wieder zurück. Hallo? Was soll denn das? Komm, du Kackturm. Geh sterben. So, das ist weg der Mist. Passt ja. Mist, verdammt. Die Tat ist auch wieder zu Ende. Aber ich glaube, wir schlagen uns gerade besser als beim letzten Mal. Hoffentlich. Tch. Hoffe ich wirklich sehr. So, noch schnell die Felder neu machen. Da fehlt noch. Da fehlt irgendwo ein Arbeiter. Ah, du kommst wahrscheinlich nicht mehr rein. Aber doch. Fehlt da nicht noch jemand? Ja. Du kriegst auch ein Feld. Ich sag so. Es passt schon. Wie schaut's aus da unten? Ja, einmal genesen bitte. Hat zwischen zwei, drei Böcke. Das passt mir gerade gar nicht. Da müssen unsere Dinger ein bisschen ran. Ich wollte eigentlich den Part beenden, ne? Hat ja super hingehauen. Und jetzt mal zu mir diese Klee-Böcke hinzumachen. Ja, das klappt gut. Das klappt hervorragend. Ach, und ist schon vorbei. Ach. Es war ein Versuch wert. Trotzdem brauchen wir jetzt ganz dringend einen Arschlug. Was ist denn los mit Gold und so? Okay, das ist schon bald zu Ende. Okay. Das erklärt so einiges. So, ihm ist es auch zurück. Gibt's unsere Mönche noch? Ja, ja. Die gibt's noch. Die heilt auch ganz brav. Sehr gut. Naja, passt. Schaut ihr nicht so schlecht aus fürs Erste. Die Brücke verteidigen. Armeen weiter aufbauen. Dann skrieren wir schon alles hin irgendwie. Und ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Part die Dürmchen hier endlich besiegen können. Ich denke auch mal, es wäre ein Sturmangriff nötig. Die Trieböcke müssten nicht sterben. Ja. Wie gesagt, wir machen das Beste draus. Ja, der Erste ist gleich hin. Ja, los, hau's drauf. Ich glaube, wir sind jetzt zerstört. Da ist noch so ein Trieböcke-Kack. Der Dürmchen muss auch weg. Ich glaube, das geht sich noch raus jetzt. Und damit muss man schnell... Komm, er passt ins schnellere Dürmchen. Wieder hierher zurück. Jo. Jedenfalls im nächsten Part geht's dann weiter. Ich hoffe sehr, dass wir Ungarn, ja, besiegen können. Und die Brücke hier heil bleibt. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder... Ja, sehr schön. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag. Einen schönen Abend, je nachdem, wer uns wirklich schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.